. 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 5.000, ich lass dich in Ruhe. Hä? Warum soll ich dir Geld geben? Ja, weil ich sonst nerve. Dann könntest du auch anders regeln, wenn du willst. Wie willst du es denn regeln? Klär mich auf. Okay, sorry. Sorry, dass ich überhaupt lebe. Ich geh jetzt.